Vermittlung von Auszubildenden in der Altenbetreuung. Sammlung transnationaler Erfahrung in der Altenarbeit. Altenbetreuungsschule des Landes Oberösterreich. In unserer multikulturellen Gesellschaft sind Toleranz, Akzeptanz und Persönlichkeit in der Arbeit mit älteren Menschen gefragt. Wo können diese sozialen Kompetenzen besser gefördert werden als im Ausland, wo einem täglich Neues begegnet? Die Auszubildenden in der Altenbetreuung lernen im Rahmen ihres Praktikums andere Betreuungsmodelle und Einrichtungen in europäischen Ländern kennen, erweitern ihr Fachwissen und öffnen ihre Herzen für andere Herangehensweisen. Wir haben in vier verschiedenen Ländern sieben Partnereinrichtungen, drei in Luxemburg, zwei in Deutschland, eine in Italien und eine in Spanien. Wir haben jetzt die Kooperationen schon über einige Jahre und mittlerweile ist es wirklich so unbürokratisch und das ist auch das Schöne an dieser Zusammenarbeit und an dem Netzwerk, das sich gebildet hat, dass durchwegs ein Anruf genügt und wenn ich frage nach zwei Praktikumsplätzen beispielsweise im März kommenden Jahres, kriege ich durchwegs sofort ein Okay oder grünes Licht und es geht alles ganz einfach. Wir tauschen uns auch fachlich aus, wir besuchen einander und haben auch so diesen Ländervergleich, was Ausbildungen anbelangt. Nachdem wir Fachsozialbetreuer ausbilden in Altenarbeit, ist es eben wertvoll zu schauen, wie laufen Ausbildungen in anderen Ländern viele beschreiben und haben beschrieben, dass was Selbstbewusstsein anbelangt, dass sie das wirklich einen Sprung vorangebracht hat. Selbständigkeit, wirklich einmal auch diese Komfortzone zu verlassen und das Elternhaus und auf sich gestellt zu sein und es bringt natürlich ganz viel fachliche Erfahrungen, auch die kulturellen Hintergründe in den unterschiedlichen Ländern. Sprachkompetenz, ja auch soziale Kompetenz natürlich und sich wirklich auch darauf einlassen, die gewohnten Bahnen zu verlassen und sich zu trauen. Das ist für viele schon mal ein großer Schritt, sich zu trauen und zu sagen, und ich fahre ins Ausland oder ich fahre in ein anderes Land und mache dort ein Praktikum, obwohl ich es so gemütlich im eigenen Ort machen könnte. Also viele Ausbilder sagen, dieses Auslandspraktikum war das Highlight ihrer gesamten Ausbildung und das ist eigentlich das Schöne und das motiviert auch zum Weitertun.